Hallo meine Lieben, hier ist eure Mrs. Crazy Diamond. Ist das schick, ne? Das ist toll. Dankeschön. So, wir haben einen Teddy Haul heute. Ich war shoppen. Ich war beim Teddy shoppen. Und shoppen ist gefährlich, ja. Gerade für uns ist shoppen immer gefährlich, ja. Wir waren, also ich speziell war shoppen. Und ich muss euch mitteilen, ja, es ist zum Äußersten gekommen. Ich habe eingekauft, ja. Und zwar habe ich für den Halloween Stream das hier eingekauft. Ja. Ich werde mich Halloween damit einmal verkleiden. So, so, auf den Kopf. Und dann schick, ne? Schön mit Fledermäuschen. Und da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass dieses Steinchen hier auch rausguckt. Dass man das so ein bisschen sehen kann. Da müssen wir mal gucken, da muss Mutti mal gucken, dass sie da ein bisschen rumtricksert. Oder halt so machen. Und dann die Fledermaus dahin. Und dann so machen, äh, werden wir sehen, wie wir das machen. So. So. So, so wäre doch cool. Dann kann ich, kann man auch das Steinchen sehen, oder? Ja, einmal Haarreifenhütchen. Ein Haarhütchen. Ein Haarhütchen. Haarhütchen. So. Das habe ich beim Teddy geholt für drei Euro. Für drei Euro. Dann gab es so Haarsträhnen in bunt. Also lila und, ne? Und, ne? Und einmal so. Ich musste natürlich beide haben. Logisch. Das sind einmal ein Hut und eine Fledermaus. Eine Fleder? Ist das eine Fledermaus? Ja, eine Fledermaus. Ein Hütchen und eine Fledermaus. So sieht man es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Genau. Und einmal Geister. Geister. So. Ich habe mir gedacht, diese für meine Maus. Für meine kleine Maus. Und, ihr seht, ein Euro. Kann man nichts sagen. Für einen Euro. Zwei Haarsträhnchen in der Spange. Und die sind für mich für den Halloween-Stream. Ja. Und zwar werde ich ja auf Twitch einen Halloween-Stream machen. Und dafür brauche ich die, ne? Einmal für die Kleine, für den Kindergarten. Und einmal für mich. Das ist toll. Das liebe ich. Ich liebe das. Jetzt schon. Ich will jetzt schon Halloween haben. So. Dann habe ich mir gekauft. Eine Brille. Eine Brille. Ihr erkennt das Muster hier mit der Fledermaus und dem Tüll-Wahnsinn. Da muss ich gucken, ob ich da nicht wahnsinnig werde wegen dem Tüll. Das spiegelt sich natürlich hier in diesem Wider. Ne? Ihr seht die Ähnlichkeit von dem Tüll. Der Tüll ist gleich. Auf jeden Fall cool. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das lassen wir einfach mal da liegen. Dann habe ich auch Wunderkerzen gekauft. Wunderkerzen für unseren Stream werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja? Ein paar Wunderkerzen. Wenn ihr Alarm macht, mache ich Alarm mit. Wunderkerzen. Dann. Weil ich werde ja so ein oder zwei Schnäpschen werde ich ja trinken müssen. Ne? Ihr seid ja so wahnsinnig. Dafür habe ich mich gerüstet. Und zwar diese hier. Das sind Schnapsgläser. Ich habe endlich ein paar coole Schnapsgläser. Ja? Ich packe die aus. Ich muss die auspacken. Die haben mich zwei Euro gekostet. Vier Schnapsgläser für zwei Euro. Das kann man nichts sagen. Ich zeige sie euch. Das sind so Totenköpfe. Beidseitig Totenkopf. Ja? Alle vier. Und das ist Plastik. Das sind Plastikgläser. Das heißt, wenn ich jetzt einen Gast gehabt hätte, hätten wir Schnappes aus Totenkopf-Schnapsgläsern getrunken. Cool, ne? Die gab es auch noch in weiß. Aber ich fand, wenn ich die in Lida fand, finde ich die irgendwie voll schön. Lida ist so eine schöne Farbe gewesen. Hoppala. Junge. Läuft bei mir. So. Ja, jetzt ist es aber. So, ich stelle sie hintereinander. So einzeln ist, glaube ich, besser. Dann habe ich ja gesagt, ich brauche noch ein Netz für meinen Hintergrund. Und das ist ein Deko-Spinnen-Netz. Da kommt meine Deko-Spinnen dran und alles. Also, auf Twitch einfach mal reinschalten zu Halloween. Mein Twitch-Stream ist hier, da, 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 hier oben. Ja, so, so, da, da. Da könnt ihr mal draufgehen, Follow da lassen, wenn ihr Bock habt. Ähm, Halloween-Stream werden wir auf jeden Fall machen. Ich habe da direkt zwei von geholt, weil ich nicht weiß, wie viele ich brauche oder wie groß das wirklich ist. Weil, es steht Größe 2x2 Meter. Aber, ich weiß nicht, wie viele ich davon brauche, ne? Ähm, ja, das sind zwei Netze. Und, und, ich kam nicht dran vorbei, Leute. Ich kam nicht dran vorbei, war. Diese coolen Kerle. Ihr kennt doch aus meinem letzten Teddy-Haul, ähm, diese, diese Wabbelgeister. Diese Geister, die du wabbeln kannst und die, die du am Tisch schlagen kannst und die so leuchten. So. Nach denen habe ich verzweifelt gesucht. Ganz verzweifelt gesucht. Aber, ich habe mir gedacht, ja gut, dann eben nicht. Habe ich nicht gefunden. Aber, ich habe dieses hier gefunden. Oh, so. Mal gucken. Okay. Ich werde das hier mal hier wieder hier rein kleben. Ich werde die natürlich verpackt lassen. Ich tue den einen hier auch wieder rein. Ganz, ganz so, wie es sein soll. Nur, ich will halt euch zeigen, die leuchten, die leuchten, guck mal. In grün, in rot und in blau und, aha, leuchten. So, von hinten. Ein schönes, grünes Huibu zum leuchten. Ist das nicht toll? Das ist doch cool, oder? So. Das, das und die Wabbeldinger, die Wabbelgeister werde ich im Stream verlosen. Welche Uhrzeit, keine Ahnung, spontan. Das heißt, ihr müsst immer dabei bleiben. Es wird spontan zwischendurch mal ein Geist verlost, wenn ich da Bock drauf habe. Und, ja. Wird auf jeden Fall cool. So, hier muss ich mal gucken. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Das ist cool. Gucken, ob ich das hier wieder reingejagt kriege. Ja, kriege ich hier wieder reingejagt. So. Den tun wir ja natürlich hier wieder rein. Ja. Davon habe ich zwei Stück geholt. Jeweils haben mich die gekostet. 1,50 Euro. Also 1,50 Euro haben mich die beiden gekostet jeweils. Und da wird einer von, äh, also die zwei werden verlost. Plus die zwei Wabbelgeister, die blinkenden. Im Twitch-Livestream an Halloween. Jawohl. Das ist dann auch schon meine Ausbeute von Teddy. Ähm, Teddy war jetzt nicht ganz so viel, aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Mein Portemonnaie hat, also meine Karte hat geglüht. Ja. Wir haben das. Wir haben das hier. Das hier. Und natürlich das, ja, noch nicht mal Wichtigste, aber das Coolste. Die Brille und den Haarreifen, Leute. Brille, Haarreifen und die Netze. Das ist alles, was ich vom Teddy bekommen habe. Und ich bin zufrieden. Bisschen, bisschen wehmütig bin ich auch, dass ich noch keinen Wabbelgeist mehr bekommen habe. Aber Shit happens dafür haben wir coole grüne Geister gekriegt. Und die auch noch leuchten und die Lichter wechseln, ja. Ähm, das war's für heute. Das war's mit meinem Teddyrollen. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage ciao, bye, bye, eure Crazy. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.